Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Erlebt. Ich habe euch einen Vers mitgebracht heute, der wahrscheinlich vielen von euch sehr gut bekannt ist und der in vielfältiger Hinsicht hier und da auch schon mal bedacht wurde. Und ich möchte ihn in besonderer Weise jetzt nochmal anwenden auf die Frage, wie wir gerade in solchen herausfordernden Corona-Zeiten unterwegs sind, geistlich unterwegs sind. Der Vers steht in Offenbarung 3, Vers 20 und ist eigentlich an eine Gemeinde gerichtet. Als Teile 7, Sennschreiben in Offenbarung 2 und 3. Und in Offenbarung 3, Vers 20 sagt Jesus zu einer Gemeinde, aber ich denke, wir können das durchaus auch auf unser eigenes Leben persönlich runterbrechen und beziehen und auch auf die Sehnsucht Jesu eigentlich zu jedem Menschen, der über diesem Planeten jemals gelaufen ist. Da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, so will ich hineinkommen und das Mal mit ihm halten und er mit mir. Was ich echt schön finde, Jesus klopft an. Er erwartet nicht, dass wir von uns aus immer irgendwie alles machen. Er ist der Aktive, der sagt, hey, ich bin da. Er kommt aber auch nicht mit, keine Ahnung, einer Panzerfaust oder so und bahnt sich seinen Weg, sprengt die Tür auf wie in so einem Actionfilm. Und er klopft an. Er wartet auf unsere Antwort. Willst du auftun oder nicht? Du hast die Wahl. Du hast die Möglichkeit zu sagen, nee Gott, da brauche ich nicht. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Du hast aber auch die Möglichkeit zu sagen, hm, er klopft an. Vielleicht soll ich die Tür mal auftun und gucken, was passiert. Und dann kommt Jesus rein und hat Gemeinschaft mit dir und mir. Dieses Malhalten steht im Orient für eine tiefe, intensive Gemeinschaft miteinander. Nicht nur schnelles Fastfood. Hauptsache innerhalb von einer Viertelstunde sind alle satt und durch. Sondern es heißt Lebenteil. Miteinander abhängen, könnte man sagen. Chillen, wie auch immer. Einfach sich unterhalten und dabei eben auch essen und trinken. Und einer der Punkte, finde ich so, die im Moment sehr, sehr angefochten sind in dieser Zeit, ist einfach Gemeinschaft. Es ist ja praktisch so, mit Kontaktbeschränkungen kann man sich eben nicht mehr mit allen Leuten treffen. Es geht ja gar nicht. Und vieles, was wir gewohnt waren, was für uns völlig normal ist, geht eben einfach nicht. Aber Gemeinschaft mit Jesus, die geht. Die geht wirklich. Die geht auch gut. Und da möchte ich dich einfach ermutigen. Vielleicht für dich selbst auch zu sagen, ja. Ich möchte sozusagen täglich Gemeinschaft mit Jesus nehmen. Ich möchte mit ihm leben. Ich möchte mit ihm reden. Ich möchte von ihm empfangen. Ich möchte ihm einen Raum geben in meinem Leben. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Für mich ist es so, ich finde diese Zeiten, in der wir gerade sind, über die uns irgendwann mal unsere Kinder und vielleicht auch Enkel interviewen werden. Was hast du eigentlich damals in dieser Corona-Zeit gemacht? Weil es ist eine Zeit, wie es sie vorher noch nie gegeben hat. Und wir sind jetzt die Ersten, die sozusagen lernen müssen, damit irgendwie umzugehen. In dieser Zeit könnte man ja entweder ins Kissen schluchzen und sagen, alles ist Mist. Oder man könnte sagen, ja okay, es gibt bestimmte Dinge, die kann ich im Moment nicht machen. Die gehen einfach nicht. Aber es gibt auch Dinge, die ich tun kann, die ich machen kann. Es gibt Dinge, die ich jetzt anschieben kann, wo ich ja eigentlich mal auch mal Zeit und Raum für hätte. Und vielleicht ist so eine Sache, die du jetzt auch tun kannst, die du jetzt anschieben kannst. Deine Beziehung mit Jesus Christus. Wie geht es dir mit Jesus? Wie bist du mit ihm unterwegs? Woran wird das sichtbar? Wie geht es deinem Charakter, sag ich mal so, deinem inneren Menschen, wie geht es dem denn so? Jeder von uns hat, wenn er ehrlich ist, irgendwo in seinem Charakter auch die ein oder andere Delle. Die kommt dann meistens zum Vorschein, wenn du nicht genug geschlafen hast oder hungrig bist oder wenn dich irgendwas einfach nervt. Helmut Schmidt, der Altbundeskanzler, hat mal gesagt, in Krisen kommt der Charakter zum Vorschein. Das ist interessant. Wie geht es deinem Charakter gerade so? Ist er Jesus ähnlich? Oder bist du gerade ordentlich im Fleisch und lässt Dampf ab an irgendwelchen sozialen Netzwerken oder Blogs irgendwo? Oder keine Ahnung, bist beim Demonstrieren, was auch immer. Ich finde Demonstrationsfreiheit ein richtig wichtiges Recht. Und finde es gut, dass es das gibt. Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit. Das sind echt kostbare Dinge in unserem Grundgesetz, auf die wir echt stolz und dankbar sein können. Auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, letzten Endes ist ja die Frage auch, was machst du im Moment mit der Zeit, mit dem Raum, die du hast? Du kannst dir sagen, okay, ich erge mich auf, ich habe einen Puls von 180 und so weiter. Oder ich bin beim Binge-Watchen oder mache dies oder jenes oder zocke oder was auch immer und hoffe, dass diese Zeit möglichst bald rum ist. Okay, kannst du machen. Viele haben auch schon in dieser Corona-Zeit zugenommen, weil sie nicht mehr normal Sport machen können. Fitnessstudios sind jetzt im November auch wieder nicht besuchbar. Was die Fitnessstudio-Betreiber zu Recht, finde ich, auch ein bisschen nervt, weil sie vieles getan haben dafür, dass überhaupt ein Betrieb irgendwie auch runtergefahren möglich ist. Tja, kann man machen. Oder du kannst sagen, ich möchte mir bewusst eigentlich jeden Tag ein bisschen Zeit nehmen, um Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Sozusagen diese Tür, an der er anklopft, ja, so die Tür zu deinem Herzen, zu deinem Leben, zu deinem inwendigen Menschen, dass du die einfach jeden Tag ein bisschen aufmachst und sagst, ja, hier bin ich. Da musst du gar nichts groß machen. Du musst jetzt hier nicht ein Kapitel in der Bibel lesen oder für zehn Leute beten. Nichts gegen Bibellese und Gebet. Alles wunderbar, aber nicht als eine Masche oder so. So, es reicht eigentlich, dass du mich mal hinsetzt an irgendeinen Ort, in irgendeinen Raum, in deinem WG-Zimmer, in deiner Wohnung, in deinem Haus, wo auch immer. Und du setzt dich da hin und sagst, hier bin ich. Und ich möchte jetzt Zeit mit meinem Herrn haben. Da kannst du auch mal ein Bibelwort lesen, keine Ahnung. Nimmst zur Not die Losungen oder irgendwo was aus einer App, ja, aus der You-Version oder von 365 Steps zum Beispiel kann ich auch sehr empfehlen. Das ist eine coole App, wo man so einen Impuls für den Tag kriegt, ja. 365 Steps heißt das Ding von der Jugendarbeit aus dem, ja, irgendwo aus Dillenburg oder so. Die machen eine coole Arbeit. So, dann nimmst du dir das, was da so ist und setzt dich hin, vielleicht mit einem Tee oder Kaffee oder Wasser, was auch immer, Saft. Und du sagst, Herr, hier bin ich. Ich öffne dir die Tür meines Herzens. Rede zu mir. Ich bin sicher, wenn du das sozusagen einbaust in deinen Alltag, dass diese ganze Corona-Zeit viel erträglicher wird für dich, weil du auf einmal Entdeckungen machst, wie dieser Jesus zu dir redet. Wie er dir Dinge zeigt. Wie er gerne zu dir hineinkommt und mit dir Zeit verbringt. Und das ist auch deshalb gerade wichtig, weil für viele von uns im Moment auch einige Säulen des eigenen geistlichen Lebens wegbrechen. Ja, Gottesdienste sind nicht mehr ganz so möglich. Oder wenn wir Gottesdienste feiern, dann können wir nicht singen. Und wie das dann eben so ist. Und man kann auch hinterher kein Gebet mit Hand auflegen, sondern nur mit Abstand. Immerhin. Aber es ist doch nicht ganz das Gleiche. Oder online sowieso nicht das Gleiche. Und dann Kleingruppen finden statt oder finden vielleicht auch nicht statt, weil wir gerade nicht uns mit mehr als zwei Haushalten treffen können. Da kann man ja ins Kissen schluchzen und sagen, oh, ich habe keine geistliche Gemeinschaft mehr. Oder man kann sagen, Moment, Moment, Moment. Was kann ich machen? Ich kann mich in meinen Sessel setzen, kann die Tür aufmachen und sagen, Jesus, schön, dass du da bist. Denn Jesus darf auch in der größten Krise, mitten in Corona, immer noch mit dir Gemeinschaft haben. Und niemand kann dich von ihm trennen. Ich wünsche dir, dass du für dich persönlich da einen Weg, einen Umgang mit findest, wie du Gemeinschaft mit Jesus haben kannst in dieser herausfordernden, verrückten Zeit. Und für dich sagst, ja, ich möchte mich prägen lassen von diesem Geist Jesu, von seiner Gegenwart in meinem Leben. Weil ich werde schon genug geprägt von allem möglichen anderen, von Nachrichtenflut, von irgendwelchen Social-Media-Geschichten, von Musik, ja, was auch immer. Ich habe so viele Einflussfaktoren vom Fernsehen in meinem Leben, ja. Aber ich möchte auch, dass dieser Jesus ein Einflussfaktor für mich ist. Möchte mich von ihm prägen lassen und Gemeinschaft mit ihm haben und Gemeinschaft mit ihm suchen. Denn das geht auch im härtesten Lockdown. Und wir sollten frühzeitig lernen, das zu kultivieren, weil es uns Kraft gibt, Leben spendet und Hoffnung. Und gerade Hoffnung, glaube ich, ist was, was wir dringend brauchen und auch versprühen müssen in unserer Nachbarschaft. Bei unseren Freunden, Verwandten, Arbeitskollegen und Nachbarn. Ich wünsche dir tiefe, intensive Zeiten mit Jesus, täglich am besten, wo du einfach dich öffnest und merkst, er ist da und wir haben Gemeinschaft. Und es gibt eigentlich nichts Besseres und nichts Schöneres als das. Bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.